jetzt zurück zu stefan so leute sind wir wieder zurück in der letzten folge hat ja die ps4 hier einen fehler gehabt das heißt das ganze ding ist zusammengebrochen ich hoffe dass das jetzt funktioniert wir haben in etwa hier aufgehört und das war natürlich wieder ärgerlich weil genau dann natürlich wenn wir hier weitermachen wollen dann bricht das ganze ding zusammen hoffe dass das jetzt wieder geht das verpackt oder was oder so ein panzer kommen müssen wir zurück leute ansonsten geht es nicht weiter das ist jetzt ohne problem weiter geht kommt zack 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 bitte ps4 kack jetzt nicht noch mal ab das wäre echt traurig schön beim gehen noch mal ein bisschen nachhelfen läuft das so zack und weiter geht's erreiche die vorgeschobene basis der deutschen das heißt vorgeschobene basis wahrscheinlich dass sie weiter vorgedrungen sind und die basis dann halt weiter vorne eingerichtet haben halt einfach ein bisschen mehr eingenommen so wie bei wasch quasi dass man den ersten punkt passiert hat und dann mit dem zweiten links komm diga geile mission bisher muss ich sagen geben sie mehr deckung wenn möglich ich suche die dokumente jetzt müssen wir mal raus was ist eigentlich mit hartmann zerstöre sensibles material wo müssen wir jetzt hin also okay wir haben die mp und die karabiner im 1 a 1 geile waffe wenn ihr mich fragt man muss natürlich ein paar mehr schuss draufsetzen aber die macht bock muss doch hier ich muss doch wo ist der panzer jetzt hin übrigens muss ich rein oder ich stecke das gerade nicht leute wo muss ich jetzt hin muss doch da rüber da steht unser panzer so wie es aussieht ich muss hier links rein wahrscheinlich hier hoch oder wieder was das könnte sein das könnte sein sieht ganz gut aus würde ich mal sagen sniper wäre mir natürlich lieber aber hier war ein zackiges mg aber keine munizierung oh da sind wir hier ganz schön reingwollig muss ich mal sagen was ist immer wieder wo ist hier denn diga behalten wir den geraden hat er bei dir alter wenn die im multiplayer mal so rasieren würde ne die wummelkasten wird ganz schön würde ich mal behaupten wir müssen mal rein hier diga ich muss hier hoch ich bin arzt so zack er wurde schon umgelegt ist ja klar strong geheim strong geheim sch peur gehe jetzt mit tiger zung hooooo hoh hohoho io hte das hör' ihr das da geht was ab da kommt jetzt einige glaube ich pf shit själv kom lad nach date nach schlage Granaten haben wir irgendwie nicht, warum auch immer. Warum auch immer wir keine Granaten mehr haben. Da ist ja eigentlich auch völlig Wurst, völlig kack Wurst. Komm schnell zurück zum Tiger, los, 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 los. Und rein, los, zack. Ich muss schneller gehen Digga, so bämm weiter geht's, Töten, Ihr Befehl ist Töten und Häuser zerstören, alles was geht kaputt machen. Egal, der kann es doch nichts anhanden hier, wenn jetzt mal die Kamera nicht reicht und dann wackelt, dann geht das. Oh shit. Jetzt gehen sie aber durch hier. Jetzt gehen sie nochmal richtig auf hier. Ich sehe natürlich immer nichts richtig. Der ist kaputt, aber dann ist es glaube ich noch ein, oder? Ja, wenn ich ihn sehen würde. Wo kam das denn her? Der war auch schön. Ah! Alles klar. Alles klar Digga, da steht ja einer. Ich sehe gar nicht, wo hier was ist. Da bringen wir es mal schneller, kommt einer. Komm, 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 komm. Wie kommen Sie voran, Katz? Eine Sekunde! Zack, einmal noch los. Der will wegfahren. Das kann man vergessen. Das kann man vergessen. Ey, das könnte hier echt mega Rotterdam sein, ne? Jetzt mal ohne Scheiß. Da hinten so der Fluss. Die Zugstation. Das ist doch glaube ich einfach nur eine einfallslose, umgebaute Rotterdam-Map, oder nicht? Mal ohne Quatsch jetzt. Das ist einfach nur Rotterdam, irgendwie umgebaut. Das kann doch gar nicht anders sein. Das edelt dem Ding so hart, aber so krass, ne? Das ist ja Wahnsinn. So ein bisschen Amiens Rotterdam zusammengewürfelt. Ein paar Bomben raufgeschmissen. Und schon war die Map da. Das könnte ja auch Amiens sein, hier so diese Stelle, wo in der Mitte hier dieser Zug, dieser Bahn, äh, die Bahn steht, die Leere. Also, alle. Also. Die Meldungen. So, alle. Also. So, alle. So. Ja, alle. So. So, alle. So, alles ist doch mit richtig. So, alles ist doch richtig. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das ist gerade schon gesangert. Das kann doch nicht sein jetzt. Zack, den haben wir. Komm, komm, komm. Schnell hier raus. Wir müssen hier raus und die Infanteristen oder irgendwas kaputt machen. Da kommen immer mehr. Die kommen von überall. Ach. Das Ding braucht viel zu lange, um aus dem Knick zu kommen. Ja, schöner Nebengeschoss, herrlich. Komm, 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 komm. Steht das Ding da hinten. Ja, komm, den Klima noch. Und gleich noch mal einen hinterher. Ob ich nicht in der Unterzahl das Klima hin hier. Komm, lach nach. Und heil dich. Beziehungsweise repariere dich. Ich guck mal mehr. Das Klima, komm, das Klima, komm. Ja, komm, Digga, trau dich. Nebengeschossen, herrlich. So, macht das doch Spaß. Das Ding muss hochgehen. Das wird repariert, glaube ich. Seht ihr das an die Funken, die da sind? Das heißt, glaube ich, dass sie sich wie viel reparieren oder so. Ich weiß nicht. Oh, die kommen wohl die Ball. Die für Panzer kommen hier. Komm, 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 komm. Das ist auch noch einer. Kurz mal reparieren. Noch haben die uns nicht. Ja, die kriegen wir. Dreh das Ding. Dreh das Ding. Boah, die Steuerung läuft, würde ich sagen. Ich meine, die waren wahrscheinlich wirklich so träge damals. Heute ja auch noch. Ist ja nicht so, dass sich das geändert hat. Warum, wie sieht ja immer das Haus an, wenn ich da hinten hinziehe? Das ist doch ein bisschen behindert. Es kommt immer mehr, es kommt immer mehr. Komm. Es kommt immer mehr. Ich glaube, das war's. Ich glaube, das kriegen wir nicht hin. Ich glaube, das kriegen wir nicht hin. Das ist heftig. Das ist heftig. Jetzt geht rauf. Und reparieren schnell, komm. Komm, 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 komm. Da kommen immer mehr. Komm schon, Stefan. Ja, komm, die kriegen's hin. Nee, da sind noch welche. Jetzt kommen die hier auch schon. Mann, ich muss halt immer im Kreis fahren. Das ist kacke. Dann haben wir, komm. Komm, viel kann noch nicht mehr kommen. Aki, mal hin, komm. Ich glaube, die reparieren ihn wieder. Kommt direkt der nächste, ne? Komm, ist der erste down. Direkt der nächste hinterher. Die haben den jetzt repariert, oder? Ich... Ich komm zu gar nichts mehr. Wenn ich einen tot habe, kommt direkt der nächste. Alter, wie viel kommen denn da noch? Hä? Kommt direkt noch einer, ne? Die dürfen uns jetzt hier nicht einkesseln. Umfahren uns, die umfahren uns. Komm, 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 komm. Scheiße, der umfährt uns. Komm, einer noch. So, den haben wir jetzt. Wollen wir uns den noch, komm. Ist immer noch nicht kaputt. Komm, zack, 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 zack. Den haben wir schön. Einmal reparieren bitte. Wir kriegen das hin. Das ist, glaube ich, der letzte hier. Oder zumindest denke ich, dass es so ist. Ich sehe momentan kein weiterer. Der speichert auch irgendwas hier. Da kommen noch Infanteristen, sehe ich. Zack. Komm, 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 komm. Schnell wieder zurück zu unserem Team. Ich glaube, wir haben es so gut wie. Oh, shit, was geht ab? Was geht ja ab? Oh, oh. Komm, 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 komm. Zur Brücke. Uff. Uff. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020